sehr spät eine stunde ich bin eigentlich fix und fertig heute am samstag muss ich leider einiges erledigen viel ausräumen vielen herräumen normalerweise hätte jetzt war schon überlegen ob ich jetzt gar nichts mehr mache für heute also was diese woche nächste woche wieder was machen wo feiertage sind aber auch mal so junge kam nimmt den energieschub dass ich noch eine part kommt als eine folge der spaß ist sowieso bei vrm ist so vorbei weil raiden haben wir erledigt denn jetzt wird es richtig richtig hart und sehr schwierig und zwar beginnen wir mit snake snake ist mein liebiges charakter aber im vr gottlos vr wirklich ohne sparen gottlos glaubt mir warum und weshalb 60 schuss ist sehr bald sehr sehr bald wie man lieber fenster zu weil es ist schon halb elf nicht in der nacht wenn ich jetzt noch umschreien würde wäre glaube ich nicht zu greifen nachbarschaften auch nicht für westliche familie wir hatten heute wirklich genug getan bis zurzeit 4 uhr morgens woche und 8 uhr morgens hat zu bekommen alternativen ist bis sie uns liegt im mode web mode für sie muss wie bei beiden nur mit snake und ein bisschen anders war es ja auch schneller ob es bei normales auch schon schneller wird glaube ich bei zweiter stufe von snake richtig schnell 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 und noch schneller aber da werde ich verdammt häufig auch wirklich sehr häufig von 1 bis 10 auch sinken 1 bis 10 ich denke mal da mache ich auch so eine stunde draus ich hoffe ich habe noch die geduldsfaden ohne entdeckt zu werden sowieso es soll eigentlich auch genau das gleiche es geht schon mal gut los es soll nicht genau das gleiche sein also wir haben der bildschirm ist immer noch leider der alte noch keinen neuen controller zum glück neu aber ja ja nicht so einfach nicht einfach ich bin jetzt momentan eigentlich wirklich 0 0 motiviert seit wenn ich böse bin ich mal auch ein paar minuten mal nicht sagen weil ich muss ja halt daran sei als ich wirklich wach bleibe und mich dann genau ups da war ich wohl zu stellen es ist eine frage dreht es sich doch wohl so um oder andere seite ok nicht du du frittröckl ok natürlich keine die cinderung ok den wurscht und killen und dann sehr schnell rüber bis zu langsam aber ich habe die schnauze voll ich weiß was der maße ich habe keine ahnung ich weiß es nicht möchte die kannst du schon bis doch oben hätte es vermutlich am tag gemacht aber jetzt wahrscheinlich viel einfacher aber ich weiß momentan gut und echt gar nichts danke ich muss komplett spielfächer dinge mit raiden war es von links nach oben mit selten nach rechts oben ich muss jetzt komplett umdingen das ist das sagt es ein bisschen bei mir warum wird der satz immer länger intrusion nutzen was ist eine intrusion oder ich hätte nicht umbringen können hätte ich umbringen können jetzt langsam ja hau es doch ab genau Ich weiß, was du machst. Uuuuuhm. Bekrieg. Aufkramfoswesetsu. Das war's. War nicht geil. Nein. Überhaupt nicht. Oh ne, ich bin halt echt kaputt. Sorry. Ich will die für jeden Fall nicht erholen. Ich bin ja kein Problem dafür. Das ist doch ein Problem. Und ich bin ja ein Problem dafür. Und ich bin da von mir aufgerufen und umfangen. Kann ich das mal wieder beschreiben? Oh, schäme ich nicht. Und ich bin da Flying. leider kurze eine sohn und umfangen ich soll es ist ein sich ja was zum teufel machte der macht zu dem weg macht dung ach so er schmeißt den Magazine! Schmeiß Magazine hin! So muss das laufen! Mein Kopf, Alter! Mein Kopf ist sowas von... Ja... Überarbeitet! Aber ich brauche halt, äh... Natürlich Lohn! Weil sonst, ähm... Kann ich auf nichts mehr sparen! Das wäre natürlich schlecht! Und ihr wisst ja... Arbeitsgeld von jetziger Arbeit... Bringt leider sowieso nicht viel! Nene! Ah, der ist schon knapp! Sehr sehr knapp! Das ist nicht! Es läuft alles schneller! Wortwörtlich... Schneller! Hatte ich doch recht! Das schneller läuft! Dun dun! Einfach ein Ziel auf! Kein Problem! Ja... Teilweise großes Problem! Aktuell haben wir 28... Platz 1 erreicht! Ähm... Wir brauchen aber 50 mit Platz 1! Aber das wählen wir dann aus! Wenn wir alles soweit haben! Da braucht man's mir keine Gedanken mehr! Noch nicht! Noch nicht! Hm? Is there somebody there? Ups! Hm? Is there somebody there? Ah! Halt doch dein... ... 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 Dianda... ... ... ... ... Ich glaube es kommt jetzt mit zu und zu. Ne einmal, sehr gut. Das war zu früh und zu schnell. Das gleiche nochmal. Ich könnte auch waschen von oben entlang. Oder sind wir nicht zu schnell. Das machen wir mittlerweile so. Alles rum. Und auf die ist alles zu schneiden. Leidl, das tut mir leid. Nein, das tut mir leid nicht. Auch nicht morgen. Das kannst du wieder rausziehen. Schon mit zwei, das war ja wohl. Das ist nichts. Das ist kein kaltes Rad. Ich muss nu. Ich weiß nicht. Schlecht. Jetzt rauskippen, wo ist das wahrscheinlich? Ja, so muss sein! Und tschüss! Ja, habe ich mein Glück gehabt. Wenn es genauso flüssig laufen würde wie bei Raiden, hätte ich kein Problem. Wirklich. Aber bei Slank ist der Spaß vorbei. Ich kann wieder schießen! So, morgues! So, morgues! Innau! Asso! Spreche! Spreche! Nur Kamera, nur Kamera. noch eine Kamera ja, Kim Abflug jetzt hab was siehst du nicht mit dir 20 Kugeln, naa, reine 40 Kugeln, naa, auch noch zwei Fußkugeln, ja, schon besser mit Fußkugeln kann man schlufen aber drei Kugeln, kann man auch nicht schlufen oh, naa, mhm oh, Kugelschutz, hm hm da klauen wir jetzt 20 Kugeln, aber nicht hm hm scheiße hm das war nicht gut hm 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 das ist ja bei die abhaute so abflug jetzt ja genau da genau welche sind die verscheiße nein ach geben wir jetzt viel zu viel zeit so immer die leider muss man der zeit echt frisch verschwinden weil sonst nun schuss doch der schweiß genau dies wort er muss ich hab mir die zeit vor oh na hau ab hau geschehen da geht es vielleicht, dies wird bisschen schreien jetzt wissen wir wie es grob funktioniert grob für was habe ich die schachtel dies war es aber den same knopp wo normal ist es mir erwischt erwischt bücher 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 buscando bücher 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 Das ist aber blöd. Ah. Dankeschön. Das Buch muss immer richtig ausgelegt werden. Hauptsache, wie man es ja schwierig schafft. Ah, mein Arm tut so weh. Heute tut es richtig weh. Einen Buch. Phase 6. Dankeschön. Is there somebody there? Hau doch ab. Jetzt heißt es töten. Alle töten. Alle töten. Töten. Ach. Da haben wir uns geschafft. Auf Platz 1. Da war es 29. Wenn ich jetzt das richtige Kopf habe. Und tschüss. Die ist wirklich schon ein Tick gelieb. Die ist ja voller Fülle. Hau doch einfach ab oder schau. Und stirb. Zumindest. Einfach stirben. Besser geht es nicht. Und dann schnell. Und dann kann man mit einem. Und dann kann man mit einem. Und dann kann man mit einem. Oh nein. Dass ich hier vorliegen bin. Jetzt habe ich sogar den Kopf drauf, selbst dann liegt jetzt nicht schlafen. 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 Äh da natürlich schon, ist doch klar. Tratium, Tratium. Dankeschön. Tenditon. USP. Heißt, so schnell geht es niemals. Ne, vergiss es. Mach halt nur die Schuhe. Ne, zack, zack, zack. Die Light Kiln, klar. Aber glaub so ist das der Ort. Das verzückt sie. Halt doch einfach da. Ja, geht das? Nein. Ich könnte Schlafen. Sehr schön. Tratium. Halt doch ab, jetzt kommt sie fix. Mann, du ja. Immer wieder zu Schielauf und Tratation. Tratium. Tratium. Und Tratium. So ist es brav. Da läuft sich sehr schlafen. Dankeschön. Was schlimm. Immer die einen Moment da dran. Sie kommt mit um. Du versammst die Momente. Jawohl. Ja, das, beherr, war's. Immer. Immer. Umdrehen. Freeze. Freeze. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich glaube es ist ein bisschen zu nah. Gehen wir umdrehen? Sehr schön. So muss Gott laufen. Genau so muss Gott laufen. Nicht anders. Ah, vielleicht liegt das Auto, weil ich einfach viel zu müde bin. Wirklich viel zu müde. Eigentlich muss ich mich jetzt aufs Ohr holen. Aber nö. Genau. Huh-hah-hah-hah. Leck die So, mir mal das Nur ne ich bin nicht stolz darauf auf die platzierung aber kann man machen muss man aber nicht so muss es immer laufen immer immer wieder und nur umdrehen und dann nur umdrehen weißt du schießt genau tippe 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 keine anzüge freeze 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 ja freeze ist der verdwenung der schlick singen renault die singen Du gah M9 Klamot Ich rufe Robin Nein Die habe ich auch drauf Seht ihr alle nie? Boah Doppelschuss, Feuer klar Halt Kamera Das ist aber ein Problem Genau Ob ich jetzt noch eine Folge machen sollte Weiß es nicht Weiß es nicht Hmm Die 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 Der Mond denkt einfach nicht immer drüber. Nicht immer, aber immer hilft er. Kruzifix. Lauf zu Ski geht es immer wieder so los. Immer wieder. Die Spiebogen, die Heidly. Aber ich glaube es gibt schlimmere Sonnen. Es gibt wirklich schlimmere Sonnen. Die Spiebogen, die Heidly. Sehr schön. Unabflug. Super. Super. Schiesse Scheiss Kameras. Oh nein. Genau der S-Wing. Super. 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 Genau, umzahlen und rückchen. Mehr will man schon nicht. Mehr will man schon nicht, umzahlen, rückchen, brav sei. Es wird ein wenig interessanter. Jetzt auf, wie ab. Scharf, keine Ahnung. Elektrogeräte. Mach mal auf. Nächst drin. Auch nix drin. Warum mach ich den auf? Was ist immer nicht? Noch eine Kugel. Einen Schuss. Einen Heft. Box, wo man leider nicht viel bringt. Jetzt wird es kritisch. Unten. Scheiße. Da legst du halt nur ein Muni. Oh. Ja, wo willst du mit dieser Wissen? Dass genau da Munition liegt. Kinauto. Unten. Das gleiche nochmal. Exakt das gleiche. Und die Munition, diesmal wegnehmen. Das war eine super Sache. Muni, Muni, Muni. So, da oben ist jetzt Winzer. Schlimm. Ah, da gibt noch eine Titel Munition. Da muss ich hier. Da müsste ich hin. Da müsste ich hin. Aber wie ist die Frage? Aber wie ist die Frage? Hm? Ist da jemand da? Ich will... Na, was? Ich lässt mich leider keine Woll. Oh Gott. Oh Gott. Wenig scheiße mal. Bei mir nichts Beste zu tun. Was ist das für eine Frau? Jetzt schon jetzt 10. Ja. Genau bei den letzten. Das ist süß, klar, ne? Aufflug. Aufflug. So spart man ein bisschen Muni. Nein. Und bringen muss man sich leider sowieso. Da gibt es keine Betäubung dieses Mal. Nein. Dann eher würde gehen. So spart man Muni. Ja. Bei dem hat man es genau so. Warum ihnen immer gleich rauskommt. Leider zuvogtsbizu. Weil, merke ich hin. den Abwett nicht so, wie ich es gerne haben möchte. Es tut mir echt herzlich leid, dass es wirklich so geht. Büchlein. Büchlein. Kein Buch. Kein Buch. Ein Wache, der keine Bücher mag, ist eine schlechte Wache. Oder eine brave Wache. Koniasse. Richtig geraten. Ich bin auch hinter dir. Ach, verdammt es. Oje. Egal ist's im Regal, liebe Freunde. Egal ist's im Regal. Ob ich's nur noch Krampf, äh, Partenwach. Ich glaub, ne, mach jetzt wahrscheinlich Feierabend. Sneaking und Elemental All. Ist's erledigt. In der nächsten Woche. weiter mit den ganzen Waffen wieder mal. Ähm, ja. Vape Mode. Und dann ab in den First Mode. Auch 5. Und da kommt es mit der Kamera wahrscheinlich wieder. Ja. Oder die Bomben. Hold up. Das Kämmer vom Raiden. Last lag und up. Aber da würde mich mega freuen. Ich bin übermüdet und macht trotzdem was für euch. Eine Ehre. Ähm, es ist mir auch immer wie eine Ehre für euch. Was machen zu dürfen. Natürlich. Das freut mich auch wirklich sehr. Da bedanke ich mich natürlich. Auch wenn ich sehr, sehr wenig abonnieren habe. Na ja, geht YouTube in letzter Zeit richtig bergab. Es ist jetzt aber nicht nur bei mir so, sondern wirklich überall. Vor fünf Jahren. Wo das noch nicht so schlimm war. Hatte ich wenigstens auch viele Aufrufe. Alles wie die auch mehr. Ähm. Geteilt wurde. Von. Google aus. Oder YouTube. Ich kenne mich doch nicht so richtig aus. Und jetzt seit der Generator oder Scanner dabei ist. Scanner eher mehr. Da wird fast nichts mehr angeseitiert von YouTubern. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Das ist richtig schlimm. Es geht nicht mehr nach oben. Bitte, auch so. Es ist ja richtig noch. Und richtig kreatives Denken. Ganz ehrlich. Ähm. Das ist mein Kopf nicht so ganz. Leider. Leider, 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 leider. Ich darf wirklich gern kreatives Gedenken Gruppen haben. ist aber schwer, wirklich schwer manchmal habe ich schon Ideen aber es braucht halt viel Zeit wirklich verdammt viel und ich kann nur abzeichnen und nicht selber zeichnen weil es schaut aus wie so Strichmännchen in Hintergründe muss auch nicht unbedingt sein ja ich bin leider kein Künstler leider aber ansonsten bedanke ich mich fürs Dabeisein und für euer Geduld Spitzel wollte ich auch aufnehmen aber leider ging es heute gar nichts vielleicht mache ich jetzt auch gleich noch ein paar draus weil ich jetzt gleich da richtig schön drin bin umsonsten lasst ihn noch mehr like und ab oder wenn er auch nicht geliked hat und sonst wenn ich Quaranz mehr mache wünsche ich euch eine gute Nacht guten Abend guten Tag guten Morgen jeden Tag weil sie das anschaut bis bald habe ich die Kamera Dankeschön gerne miteinander gerne und da Vielen Dank.